Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Körbomus und Dosenbild zu den S04 News und heute mit Ruven Schröders Aufstiegsformel. Schalke 04 ist abgestiegen, hat natürlich in gewisser Weise das Ziel, ja wieder hoch zu kommen, mittelfristig. Es ist jetzt noch nicht klar durchgegeben, wann der Aufstieg erfolgen soll, was aber auch vernünftig ist, dass man die Vorbereitung, wie auch das Hans-Heffens abwartet, aber in zwei Wochen geht es gut auch schon wieder los. Gegen den HSV in Liga 2. Bei Schalke war ja auf dem Tanzwerk schon einiges los. 18 Spieler sind schon weg, 8 neue schon gekommen. Akteure wie Kabak, Arid, Mascarell, Nastasic sollen noch gehen. Zwei weitere, Zehner und Innenverteidiger, wohl noch mindestens hinzustoßen. Unabhängig davon weiß aber eben auch Ruven Schröder, dass Trainer Gramozzi ist, einen wirklich guten Mix in der Kabine braucht, eine gute Kabine braucht, eine funktionierende Kabine braucht und da hat Ruven Schröders Aufstiegsformel mal drei Begriffe rausgeschmissen und zwar Kommunikation, Hierarchie und Erfahrung. Drei ganz wichtige Komponenten bei Schalke in der aktuellen Saison. Beginnen wir mit der Kommunikation, denn wenn heute Ligastadt wäre als Beispiel, ständen zehn Spieler in der Startelf, die miteinander Deutsch sprechen würden. Dazu Thomas Ovian, der Holländer, der aktuell die Sprache lernt und natürlich auch als Holländer sich durchaus etwas leichter vielleicht verständigen kann als Leute, die mit der deutschen Sprache, denn es ist eine schwere Sprache, noch gar nichts am Hut hatten. Somit hat man da deutlich, deutlich mehr Deutsch als Hauptsprache, als Miteinandersprache, was sicherlich auch ein wichtiger Faktor einfach ist im Vergleich dazu. Letztes Jahr zum Sonntag gegen die Bayern, ja, war die Hälfte der Startelf französisch, englisch oder türkischsprachig. Also das ist jetzt auch überhaupt nichts, ausländerfeindlich ist oder was auch immer, sondern einfach nur, dass die ganze Mannschaft auch auf einer Sprache miteinander spricht, was es einfach deutlich erleichtert. Der zweite Fakt, das ist die Hierarchie, denn frühzeitig holt ja Schalke Danny Latzer, ebenso Viktor Pahls und T. Rodde, allesamt erfahrene Spieler, die auch in der Hierarchie ganz klar oben angesiedelt sind und vor allen Dingen auch auf dem Spielfeld die zentrale Achse bilden. Dazu sagte Schröder, wir brauchen am Anfang eine klare Achse, die haben sie sich geholt und alle drei, T. Rodde, Latzer, Pahlsson sind auch im Mannschaftsrat. Und der dritte Fakt, auch das ist sicherlich bei den Transfers aufgefallen, das ist die Erfahrung, denn sechs der acht, neun Spieler kennen bereits die zweite Bundesliga und sind somit natürlich auch an die etwas härtere Gangart gewöhnt. Dazu sagte Schröder, wir können nicht erst allen Spielern erklären, was es bedeutet, in Aue aufzulaufen. Auch da, Nix gegen Aue diente als Beispiel und deswegen, ja, macht das sicherlich schon Sinn. Viele haben sich vielleicht auch gewundert, warum Ruben Schröder nicht wie bei Mainz nur junge Talente aus Frankreich holt oder generell auch erfahrene Leute holt. Aber ich finde, das macht schon durchaus Sinn. Jetzt muss er noch am Platz funktionieren und den Gutshauchen sehen wir es dann gegen den HSV. In dem Sinne, eure Meinung, gerne in die Kommentare. Macht's gut, ciao und Glück auf an alle Schalker! Bis zum nächsten Mal.